Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. SC Magdeburg entscheidet DAB-Pokalfinale deutlich für sich. Magdeburg triumphiert im DAB-Pokal. Im Handball hatte SC Magdeburg mit einem triumphalen Sieg den begehrten DAB-Pokal gewonnen. In einem spannungsgeladenen Finale setzte sich der Favorit durch und sicherte sich den Titel. Ein ereignisreiches Finale. Von Anfang an zeigte der SC Magdeburg eine souveräne Vorstellung. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt dominierte das Spiel und konnte eine Vielzahl von Toren erzielen. Die Konkurrenz war sichtlich beeindruckt und fand nicht die richtigen Mittel, um in das Spiel einzusteigen. Eine hochdynamische und strukturierte Handball-Performance hat dem SC Magdeburg den großen Erfolg ermöglicht. Begeisterung unter den Fans Die Fans des SC Magdeburgs haben den Triumph ihres Teams gebührend gefeiert. Unter den Zuschauern sorgte der Sieg für große Freude und Euphorie. Viele Fans beschreiben den Gewinn des DAB-Pokals als ein besonderes Highlight und freuen sich schon auf die kommende Saison. Fazit Der SC Magdeburg hat sich den DAB-Pokal verdient gewonnen. Durch diese beeindruckende Leistung hat der Klub nicht nur seine Fans, sondern die gesamte Handballwelt begeistert. Es bleibt abzuwarten, ob der SC Magdeburg in der nächsten Saison seine Erfolgsgeschichte fortführen kann. Autor Anita Farke, Sonntag, 14. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung, 2020